6. Februar 2013. Viva Fastelorvent bei der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Schlebusch. Im lachenden Zelt sitzen schon eine gute Stunde vor Beginn des Programms hunderte Jecke Viva an den langen Tischen und machen Stimmung. Es ist muckelig warm und auch der Sponsor hat ein Faible für das Feiern im Zelt. Im Festzelt geht es einfach noch lockerer zu als im Saal. Da ist es noch ungezwungener, noch spontaner das Ganze. Und da sind auch viele Klicken dabei, man kennt sich und dann kommt man auch zu mehreren und da kann man schon Blödsinn machen. Das ist immer gut. Mit dem Einzug des Präsidenten und seines Gefolges geht die Sitzung los. Die Schliewischer Pens und Teens bringen die Viva schon mal auf Temperatur. Das Motto der KG Grün-Weiß-Schlebusch ist in diesem Jahr »Mafiere mit Hetz und Schlebusch gesetzt«. Das ganze Festzelt ist mit Herzchen dekoriert und der herzliche Gesellschaftspräsident sorgt dafür, dass es nicht nur ums Herz schön warm wird. Wie in jedem Jahr haben wir einen Sauna-Block drin. Den haben wir noch um eine Programmnummer erweitert. Das heißt, wir haben vier Musikgruppen hintereinander. Das bedeutet zwei Stunden permanentes Arbeiten für die Frauen. Paarweihe bringt, Flöckchen, Räuber und das alles hintereinander. Also hier geht schon die Post ab heute. Ich habe was. Es passt. Hetzchen. Ding dong. 900 Jecke Viva sind auf der Damensitzung im lachenden Zelt in bester Stimmung. Es wird ausgelassen getanzt, geschunkelt und immer fröhlich mitgesungen. Das Besondere an dem Festzelt hier ist natürlich erstens, dass die Firma Smith sich ganz hervorragend präsentiert bei uns in dem Zelt und vor allen Dingen dadurch auch sicherstellt, dass wir das Zelt überhaupt bauen können, weil wir natürlich immens hohe Kosten hier bewältigen müssen und das schaffen wir nicht nur mit Geld, sondern auch mit Manpower. Samstags war Badetag und die Frauen drehten sich die Haare auf. Ich habe die Heimhauben, wenn ihr die noch kennt. Die wurden im Staubsauger angeschlossen. Ich will die Firma nicht nennen, ich sage, dass man so an Haustüren sah man so oft vor Werktoren, aber selten. Und wir hatten jetzt so einen Vertreter da, der sagte zu meiner Frau, darf ich Ihnen mal meinen Kobold sein. Ich sagte, meine Frau, ja klar, wenn Sie mir nur keine Staubsauger anregen. Vorbildliche Unterstützung durch Sponsoren, ein tolles Programm mit den besten und beliebtesten Künstlern und die tolle Stimmung. Beste Voraussetzungen, dass es in Schlebusch auch 2014 wieder heißt. Dreimal Schlebusch, dreimal Festkomitee Leverkusener Karneval und dreimal Möbelhaus mit. Dreimal Festkomitee Leverkusener Karneval und dreimal Festkomitee Leverkusener Karneval und dreimal Festkomitee Leverkusener Karneval. Dreimal Festkomitee Leverkusener Karneval und dreimal Festkomitee Leverkusener Karneval. Vielen Dank.